Hallo liebe Freunde, hier ist wieder eure Jenny zu ihrem neuen Hormontagebuch. Heute ist der 2. Januar. Ich wünsche deswegen allen einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr werdet dieses Jahr sehr erfolgreich sein und dass ihr viel Glück habt. Ja, und heute geht meine Sendung bzw. mein Blog über Transsexualität vs. Transgender. Und viele Transsexuelle und Nicht-Transsexuelle streiten sich darum, was denn nun eigentlich Transsexualität ausmacht. Und ich muss dazu sagen, ich selbst nehme mich auch als Transsexuell, auch wenn ich bisher nicht dem Wunsch nach einer geschlechtsangleichenden Operation nachkomme. Trotzdem leide ich genauso wie alle anderen, muss ich sagen. Weil ich bin unglücklich mit meinem Körper, ich bin unglücklich mit mir. Und das macht es halt aus, was meiner Meinung nach Transsexualität ist. Und für mich ist das kein Unterschied, ob man nun Transgender oder Transsexuell ist. Weil im Allgemeinen geht man ja meistens doch den schweren gleichen Weg. Man muss zum Therapeuten, man muss Hormone nehmen. Na gut, muss nicht, aber viele wünschen das ja nun doch. Und ich hoffe einfach, dass dieses Streitthema irgendwann mal Ende findet. Vielleicht kommt ein neuer Begriff denn in Frage. Vielleicht nennt man sich dann doch Transident, welchen Begriff ich nicht so schön finde. Sonst, was gibt es Neues bei mir? Ich war heute wieder beim Blutabnehmen, wegen meinen neuen Hormonen. Ich hoffe, dass die Blutwerte gut sind. Da kann ich aber erst nächste Woche Auskunft geben. Beziehungsweise, ich versuche ab nächster Woche wieder ein paar neue Hormone. Dazu kommt aber dann in meinem neuen Hormon-Tagebuch etwas. Und ja, beruflich ist alles super schick. Ich habe mich super eingelebt. Meine Kollegen sind alle lieb und nett. Und ich werde dort auch als vollkommene Frau angesehen. Wo ja viele immer noch denken, naja, wenn ich später einen Beruf habe, ob man dann wirklich vollkommen als Frau identifiziert wird. Und ich kann euch dann nur sagen, geht euren Weg. Und dann werdet ihr auch alle irgendwann vollkommen akzeptiert werden. Also, da gibt es eigentlich kaum Probleme heutzutage mehr. Vielleicht in einigen Berufen noch. Aber sobald man die Personenstandsänderung durch hat, kann ja eh keiner mehr was nachweisen. Und ja, von daher, wagt es. Habt keine Angst, euch vorzustellen auf neuen Arbeitsstellen. Am besten gleich immer mit der Tür ins Haus fallen. Das ist mal am besten. Wie gesagt, mein Vorstellungsgespräch, da wurde gar nicht drauf eingegangen. Sondern ich bin einfach als selbstbewusste Person hingegangen. Und das wurde dann halt so hingenommen. Da wurde dann nicht nochmal nachgefragt. Und so solltet ihr halt auch alle sein, denke ich mir mal. Ja, diesen Monat werde ich mir nochmal die Wangen unterspritzen lassen. Und nochmal etwas Botox an die Augen machen lassen. Damit ich mich einfach weiblicher fühle. Und das wird am Ende des Monats geschehen. Vielleicht auch Anfang Februar erst. Auf jeden Fall werde ich danach nochmal ein Video hochladen. Wo man vielleicht sogar die Veränderung sehen kann. Und dann, ja, meine Haare wachsen auch mittlerweile immer besser. Wie ihr sehen könnt. Ja. Bei mir gibt es also fast nur Positives zu berichten. Liebe ist auch super schön. Wir hatten jetzt sozusagen nochmal so zwei, drei Testwochen. Weil mein Freund hatte Urlaub. Ich hatte Urlaub. Und bis jetzt sind wir uns nicht auf den Sack gegangen. Ja, und von daher bin ich einfach nur glücklich. Und ich wünsche allen wirklich ein erfolgreiches Jahr 2013. Hoffe, man sieht den einen oder anderen in diesem Jahr. Was im letzten Jahr leider nicht geklappt hat. Ja, ich grüße dann alle meine Freunde und auch Fans. Besonders die Rebecca. Ja, und sonst wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Januar. Ein schönes Jahr 2013. Eure Jenny.